Und das sehen wir zurückgeflogen mit dem Jumppad. Leo, bau dich hoch. Ja, da kommen die. Die kommen jetzt krach. Die furscheln euch rechts. Felix. Gib ihm no scope mit. Doch Felix, warum machst du die Sniper draußen? Ich weiß es nicht. Alter Junge. Die waren sausschnell noch. Nein, hör doch auf, du Fotze! Ich hasse dieses dreckige Spiel. Ich habe es gemerkt. Die sind einfach nur von dem, Ich habe es gemerkt. Die sind automatisch. Vielen Dank.